wird er erzählt uns kein ja es ist noch auf uns mehr als Aja der ganzen Elisabeth und so was das für eine Scheiße echt und ist nur ein ich bin neben Helsing Bings da ist die Mercedes-Benz Warte mal warte mal nein gibt's noch nicht da bin ich noch nicht warte bis er mal ein kleines Erlebnis waren kreuzrecht achte sie sich eine Aufwarte war ich schon mal warte mal bis er mal nicht connected Nein der Scherber ist voll passgeil 2300 Spieler ja ich weiß aber ich bin connected sofort Jonas geh doch mal raus aber noch nicht mit den Skandinavien Spieler die sind ja dann weg ach so ach so ja dann die werden ihm ja nicht angezeigt doch 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 jetzt 2300 Leute warum bist du dann connected was soll die Scheiße jeder geht noch mal raus und geht noch mal rein Jonas das kann nicht mehr sein das kann nicht mehr sein aber du musst mir sagen wo du stehst wo genau du stehst das geil ich stehe hier auf der E4 auf Standstreifen da bin ich auch so jetzt muss ich das Spiel nochmal beenden habt ihr schon mal auf Ultra gespielt? ja ja ich nicht wenn ich auf Ultra spiele dann kann mein Rechner überhaupt nicht Pascal kannst du alles auf Ultra spielen ja ne ja ja auch voll Ultra das nächste Projekt wird GTA sein von dir? ja ja dann machst du dir auch ein bisschen schönen YouTube-Channel ne? den hast du ja schon aber das sind alte Videos auch ja echt? ja das sagt er nicht sehr viel ja dann spiele ich mit Pascal ne? ja dann ja ich spiele da gerne mit bei GTA machen wir gerne GTA Aufnahmen bitte? machen wir gerne GTA Aufnahmen ja genau die sind jetzt kaputt ach so vielleicht sollte ich das nochmal neu starten das machen wir scheiße ja ich stehe hier auf dem Standstreifen ich hoffe du stehst jetzt gehe ich genau da wo ich auch stehe äh da ist der Scheiße ich stehe direkt am Kreuz äh ich hoffe das dreht sich wenn ich das drehe nicht wie andersrum aber Pascal ist der Navier holen ganz wichtig ja ja oh 2299 ja komm Jonas es gibt grad schon Gas hier los laden hopp 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 das liegt vielleicht auch am Internet ne? kann das sein? ja aber ich hab schlechtes Internet ich hab grad 40 MS du hast ach du scheiße ja ich hab immer so ein 39 was hab ich denn für ein Ping? was blöd das ist bei uns 2008 Geräte angeschlossen ja bei uns noch mehr die ganzen Handys von deinem von deiner Familie oder? ja die ganzen iPhone 6 und so genau genau die richtig viel ziel ja aber ist mega verneckt das in den nächsten bleib hier mal stehen ja was spielt Benno? also ich stehe genau auf dem Autobahnkreuz ne? zweckmaner ist ein geiles Spiel ja ja siehst du auch? ja fuck warte 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 ich fahr bis zum Schild wo bist du denn? warte du hast ein Autobahnschild da fahr ich jetzt hin warte da stehe ich glaube ich was? fuck ich stehe direkt hinter der Auffahrt hinter der ersten Auffahrtschicht direkt ja da steht da so ein Schild da ist ausgeschildert da steht da steht E6 E20 Goetheborg ja genau ja da stehe ich Mensch komm ich fahr ein Stück vor ich fahr vorderschild ich fahr vorderschild ich fahr vorderschild ich stehe jetzt genau vor dem Schild ja ich stehe auch davor also hinter dem Schild ja genau was ich sage du musst dahinter fahren ja ja so langsam mal ne ich will auch sagen ja Pascal ich hab mir auch überlegt einen PC zu kaufen oder ich nehm den von meinem Vater der ist auch so ein richtig guter ja oh man connecte mich doch endlich du blöde Sau wo wir brauchen Eltern einen PC denk ich mir immer bitte? wo wir brauchen Eltern einen PC ja ja tja wenn es nicht schon die ganzen iPads und iPhones gibt ne obwohl es genau das gleiche machen muss ja ja ihr habt es frei die haben einen PC angeht ja das glaube ich ja das glaube ich hallöchen hallöchen bist du Joel na alle schon im Skandinavien na alle schon ja klar ja klar ja jonas ich hab dich gebannt nein nein man scherz bahn von roffelkopter ja genau mann alex benno wenn du noch da ja hier ist alex wer ist alex ja der vom konvoi so ja ehrlich was fährt der denn für ein lkw mal gucken das kann doch nicht wahr sein hier äh der fährt der neun die wehko das ist ja da ist der es alex YouTube Germany Niederlande da ist genau der vom konvoi und jetzt naja blabla macht er eh nicht ja komm Jonas wir müssen mal weiterfahren wir haben noch 189 Kilometer bitte nur weil dieses scheiß Ding sich aufgaben waren was denn nix Pascal du musst öfters kommen komm mir jetzt öfter Nando 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 schrei verdammte Scheiße nein warum nein Quatsch nein ich wollte schon sagen wo schreibt ihr denn wir können für Nando so einen eigenen Duden erfinden ja genau Nando Janisch schütteln wo dann drin steht die Übersetzung für verdammte Scheiße äh ja ein Wortlauten auch schweizig er sagt er macht verdammte Scheiße und sagt er verdammte Scheiße und verdammte Scheiße verdammte Scheiße ja okay ich kann nicht ich kann nicht ja hast du schlechtes Internet ich äh Pascal dünnes Eis ne ganz dünnes Eis aber so schlechtes Internet hast du doch nie nein ich habe eine 20.000er live ach endlich echt ja ich hab bitte noch weiter wir sind raus wie bitte bin ich schon drin tatsächlich wo bist du vor dir was siehst mich schon nein aber an welcher aus was stehst du denn keine Ahnung ha 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 Moment Moment mal Moment mal ich glaube A ich bin an diesem coolen Autobahnkreuz ja äh hinter aber nicht hinter Hasselsburg ne ne direkt neben dem G von Helsingsburg direkt daneben also direkt in der Mitte von dem coolen Kreuz da musst du hinfahren ja da bin ich doch gerade ist ein LKW mir vorbeigefahren also muss ich jetzt weiterfahren ja ich denke schon ich stehe direkt neben der Garage ähm auf der Autobahn auf jeden Fall da am Kreuz da ist eine Garage auf der Autobahn nein nein aber so in der Höhe meine ich ja ich finde dich schon irgendwie ja ich hoffe es muss mal weitergehen meine Spiegel sind scharf und meine Blinker gehen wieder wunderbar besser kannst du nicht laufen hey jetzt wirst du mich nur noch finden also Mulemec Niederlande ist gerade am Ende vorbeigefahren ja bin ich 1888 sehr gut ja genau da musst du fahren ja 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 sehr gut ja ich fahr schon mal langsam vor dann kommst du gleich du musst einfach geradeaus fahren das Kreuz geradeaus fahren Badim der Russe ja der habe ich auch gerade gesehen Integrar ja Integration Ausländer müssen sich in Deutschland integrieren was sie dazu Herr Pascal was eine Meinung sagt nicht weiter nicht zweites Pascal er ist zwar ich finde Ausländer müssen sich in Deutschland nicht integrieren die kommen einfach klauen das Hartz IV und gut ist wir haben Echt was bis zum aber er kommt wieder sofort rein das ist das Traum ja ja das kommt gibt Gas in der Ecke ich bin schon dabei ich bin schon im zwölften Gang der Schei in den Elften Bolle Mängel ist vor mir Ostholland dann soll ich das war ein direktes Moment ab ich war aber nicht so dass ich kann nicht schneller wie 100 waren Also, doch jetzt, 107. Boah, ist ja toll. Los, komm, komm mit meinem Tab, los. Wie schnell fährst du schon wieder? 200? Ähm, im Momentan fahr ich 1. Wow. Ja. Ey, wie weit bist du denn dann weg? Klar. Also, ich bin jetzt... Ich steh schon wieder am anderen Kreuz. Also, ich bin, äh, 98 Kilometer vom Ziel. Nein. Doch. Ist das dein Ernst? 94 Kilometer, 93 Kilometer. Nein, warte jetzt mal, warte, wo stehst du denn? Ach, du bist hinter mir. Das hätten so einen hat 93. Ach, du bist die falsche Autobahn. Du bist am Kreuz links gefahren. Wo bin ich links gefahren? Ich bin nach Navi gefahren. Navi scheiße, ja. Ja, kein Wunder. Also, ich bin gleich da. In Wexjö, ne? In Wexjö, ja. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du bist am Kreuz links gefahren, du Witzbäude. Willst du mich verarschen? Tch, tch, tch. Das könnte sein. Oh, Mann, ey. Und ich warte hier. Aber wenn du den Russen gesehen hast, dann hast du ihn ja gar nicht gesehen. Ja doch, beim Kreuz. Du bist da rechts abgefahren. Ja, deswegen stand ich hinter dem Schleck dran, also. Ja, ich bin links gefahren, ich bin gerade ausgefahren. Jetzt hat das dein Navi, oder wie? Ja. Ja, mein Navi sagt gerade auch. Ja, mein Wolf und Navi ist... Wie viele Kilometer hast du noch? Ja, 154. Oh. Warte mal, warte mal. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich kann mich eigentlich jetzt auch in die Ortschaft rollen lassen, weil es sind noch 61 Kilometer. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Der Tankwart ist mein bester Freund. Auch wenn ich seine Sprache nicht spreche, er ist mein Freund, ich gebe Gas. Leute, da sehen jetzt viel realistischer aus. Realistischer, sehr gut. Genau. Und hier sind ganz viele Korven. Ja, genau, Korven. Ich habe ja heute Morgen mit meiner Mutter darüber gesprochen, ne? Ja, was? Die Dialektik, so Pascal, der hat irgendwie auch so eine eigene Sprache. Ja, habe ich. Sie sagte mal Korven. Ja, ich auch. Äh, ist dir schon mal ausgefallen, dass die Leuchtfosten, äh, leuchten jetzt, ne? Ne, hätte ich jetzt nicht gedacht, dafür sind die auch nicht da, ne? Nein, davor gingen die nicht. Ja, das stimmt. Das ist ja cool. Dann erfüllen die ja endlich mal ihren Zweck. Vorher hießen die sonst nur Stehfosten. Ich höre nur deine Hupe irgendwie da. Ja, was soll denn das? Jetzt ist er im Multiplayer auch so, dass es auch blendet von den Gegenspielern. Ja. Wenn die Fernlichtern haben, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich fahr auch hier. Es ist hier oben die Dachleuchten, leuchtet alles komplett. Ich meine, ich fahr auch, äh, mit Fernlicht. Ich möchte ja genug gesehen mit der, von der Landschaft hier. Ja, ja. Ja, so ist das halt. Soll ich dir mal sagen, es ist noch 30 Kilometer. Falls nach Rotterdam, da teste ich jetzt mal ein PC aus. Ja, würde ich auch mal machen. Du brauchst nur nach Kiel kommen, da kannst du dein PC auch testen. Genau, wollte ich auch ganz sagen, weil die fahren alle von Kiel zum Skandinavier hoch. Oh, klar. Oh ja. Oh ja. Nach 20 Kilometer. Ja, du stehst jetzt mal, ich fahr noch 100. Hä, wieso? Ich pack jetzt gleich rein. Ist das dein Ernst? Wenn du so langsam bist, das kann ich nicht sagen. Ah, okay, ich bin langsam. Ah, ja, sehr gut. Ich hab gesessen. Mir wurden andere, na, Sachen genannt. Nein, jetzt wird's wieder voll. Nein, wie viele sind da? Sag mir das. Ah, warte, es lädt gerade. Im Moment sind noch 6, jetzt sind es 10 mehr, 16. Ich hab bei Amazon. Aua. Was, bist du bei Amazon? Ja. Ja, genau, kauft ihr das dann mal einfach. Kannst auch mitgeben. Hast du schon? Nein, noch nicht ganz. Lass dir. Die Kreditkarte von deinem Vater, die kannst du mal rüber schicken. Was? Die Kreditkarte von deinem Vater kannst du mal rüber schicken. Das kannst du leider nur pay for. Das kannst du mir auch geben, das Passwort reicht mir. Ja, warte mal, so. Ja, das blöde ist, ich kann nicht mehr ganz so lauer. Ja, wir müssen jetzt, ey, ich muss erst mal noch ankommen. Wo muss ich denn hier abbiegen? Was ist das für eine Scheiße? Ich muss... Hast du ja gestern das 3-0 gesehen? Bitte? Gestern das 3-0. Ja, das war göttlich, ne? Oh, ist das hier aber schön. Was meinst du, wie der Robben sich aufgerenkt hat, ey? Ja. Das war doch mal geil. Aber 4-0 gewinnen sie, ja. Ach so, schalte. 21-Jahr-Wähler. Ja, da musst du gucken, ne? Meine Fresse. Die brauchen das 4-0 auf jeden Fall. Ja. Und es ist vorbei. Ich bin jetzt im Vexier. Noch 2 Kilometer. Die haben Glück gehabt, dass die im Hinspiel so hoch gewonnen haben. Ja. Ich muss mal überhaupt was anderes quatschen. Ben. Nein. Das Geile ist, du kannst jetzt hier in diesem Wendekreis, kannst du einfach geradeaus durchfahren. Ja, was ist denn das da unten? Ist das auch eine Firma? Ja. Ja. Jetzt hinfahren, da gebe ich mal. Und wie, bist du jetzt schon hier? Ja, die muss ich mal kurz erkunden. Ah, Straße ohne Markierung. Der war ein bisschen enger hier. Ach, oh nein, was ist hier denn los? Was, ich, ich muss gerade erstmal hier so eine 4-mal-Eckreis. So sah mehr aus, wie es eigentlich ist. Weil jetzt muss ich davon... Vor allen Dingen, das Geile ist im Skandinavier, ne? Ja. Boah, ist auch hier. Das sind so enge Speditionen, du musst richtig rangieren. Das ist geil, das ist total geil. Jetzt, wo ich hier reinfahren muss, hier ist gleich eine Mauer. Ja, für J.L ist das nix. Für J.L ist das nix, ne? Erstmal hier reinfahren. Ich muss erstmal gucken, wie ich überhaupt richtig einparken kann. Wo fahr ich denn hier gerade? Ist das hier so eine Art Steinbruch oder so? Wow, 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 ich seh nix. Also besser geht's ja gar nicht. Ich muss, dass ich so einen kleinen Aufblick gehabt habe. Besser geht's ja gar nicht hier. Das kann... Ja, Schaf, wie viele sind hier denn? Ach, die Speditionen, ne? Die sollen bloß weggehen, ne? Mein Gott, gut, dass hier No Collision ist. Ich dreh am Rad, ey. Mein Gott, das kann's doch nicht sein. Ich hab's gekauft, Jonas. War Skandinavien? Ja, dann runterladen. Was, was? Ey, Jonas, 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 wenn du in dieser... Ach, was macht er denn hier, ey? Ich hab den kleinsten Auflieger von einem, stell mich am demnichsten an. So, ich kann hier nicht weiterfahren, was soll denn das? Halt, du, was stimmt denn mit dem Auflieger? Ey, hier sind 40 Leute und es leckt mich. Ja, ja. Ich schwöre mein Leben drauf. Oh, er schwört. Mach'n Video. Warum mach' ich denn jetzt Dings an? Ey, das ist der Hammer. Ja, der... Was ist denn hier los? Jonas, du musst mal auch hier reinkommen. Das ist ja total geil. Ja, ich hab grad Probleme mit dem Auflieger. Oh, wer stellt denn hier sein Auflieger ab, Alter? Was soll... Was soll denn sowas? Bitte, 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 bitte. Oh, Mann! So ein Arschloch! Verdammte Scheiße! Fick nicht. Glaub ich träume. Achso, äh, Pascal, der DAF hat einen neuen Motor. Ja? Ja, 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 ja. Ja, die Sounds sind besser. Mein Gott, sind die hier ungerecht. Ist das die Möglichkeit hier? Jonas, Jonas, wo bist du? Komm mal zu diesem... Jonas, du bist noch in der Stadt? Ja, da komm mal, äh... Ich hör dich grad nicht so gut. Ja, dieses Nordic... Äh, Nordic... Was ist das für ne Kacke? Jonas, hallo! Was? Komm mal zu dieser... Du bist ja grad entwechst, Jo, ne? Ja. Da komm mal da, äh... Darf ich erst mal einparken? Ja, wenn du fertig bist. Diese Straße da links. Diese kleinen... Diesen kleinen Weg da rein. Den musst du mal fahren. Zu dieser Spedition. Ja, ich weiß. Ich muss das denn einpuppeln. Ey, Jonas, das ist eins. Ich kann euch grad mal nicht antworten. Okay, ja, er ist hoch... Er ist hochkonzentriert, Pascal. Da kannst du nix machen. Ich freu mich grad sowas von. Es legt kein Blödschen. Wo muss ich denn hier rausfahren? Der hast du deckt und ich hab Standbild. Ah, jetzt. Nichts, doch. Junge, Junge, wie muss ich denn hier rausfahren? Junge, das ist doch... Das ist doch unnormal eng hier. Das ist doch total geil. Wo bist du? Bei dieser, bei dieser, äh, Spedition. Bei dieser komischen. Bei der Fischfabrik. Ich weiß nicht was. Das ist so eine Steinbruch-Spedition. Ach, Kunststoffgranulaten. Das gibt's da. Nordic. Ja, warte mal. Ich komm da auch. Siehst du diese Straße da? Diese Nordic. Weiß ich nicht, was das ist. Ja, 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 ja. Ne? Die ist total geil. Da musst du auch mal rein. Das ist total eng hier. Jetzt hab ich falsch angenommen, äh. Ich glaub, ich sollte nicht dabei spielen. Das geht immer höher. Vier, fünf Minuten. Lang hat's bei euch gedauert? Was denn? Das runterzuladen. Das Gandinavia? Ja. Äh. Ohne Witz. 10 Sekunden. Nein, das Gandinavia war bei mir innerhalb von zwei Minuten fertig. 10 Sekunden. Alles klar. 10 Sekunden. Hast du dir nur das Gandinavia gewollt? Nein. Das... Ich hatte 20 Euro. Was? 1999. Du hättest dir auch diesen komischen Paintjob. Warum machst du das auf Amazon? Bei Steam geht das viel schneller. Und viel besser. Ja, dann... Fahr's mal. Jetzt... Jetzt... Jetzt war's mal. Da kriegst du auch noch so einen hässlichen Paintjob dazu. Du bist nur hier. Ich fahr hier wieder raus. Ich muss noch einparken. Ich bin jetzt hier bei so einer anderen, schon mal. Aber nicht in der Stadt, oder? Doch. Ja, dann bist du total falsch. Ja. Ich komme mal in die Stadt. 1799 bei Steam? Ja, ja. Mit diesem... Du kriegst sogar noch einen Paintjob im Wert von 2 Euro dazu. Hier genau. Hier fahr ich jetzt hin. Bei Amazon war's mal. Es ist alles so groß. So mit dem Aufleger von Nordfrut. Hier, der geht nur nach Frankreich. Ja, genau. 1666 Kilometer. Ja, schenkt der Hammer. Geh, das ist... Ich will so in so eine blöde Fischfabrik. Jetzt hab ich extra mein LKW so umlagiert, ne? Wie kann man das denn bitte machen, Mensch? Ich hab genug Geld. Ja, ich auch. 20 Millionen. Ich weiß nicht, warum. Das kam auf einmal. Ja, ja. Na, jetzt. Ich hab kein Cheat Engine installiert. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab auch nicht irgendwie gecheatet, gemoddet oder mit einer Mod irgendwas. Ich hab... Ich weiß es nicht. So. Hier ist ein Auftrag. Das kann sein, weil ich... Nach Bergen... Ja, Bergen muss ich mal hin. Das ist einfach nice. Üb, 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 üb. Das geht auch nicht los. Nur mit Cheat Engine. Zurückcheaten. Salz und Gewürze. Ne, das will ich nicht schon wieder laden. Oh, oh, oh. Ich nehme jetzt den Aufstand nach Bergen an. Fals abgebogen. Neunundzwanzig Kilometer. Schon, ne. Fuck, ey. Ey, das ist voll weit außerhalb. Bei Bier, Jörg. Ne. Das ist mir zu blöd. Dann fahr ich vorher noch woanders hin. Ähm, Jonas? Nach Kalmar. Ne, das ist noch weiter weg. Da bist du. Ich komm jetzt in die Stadt, Jonas. Ö, 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 ö. Ö, 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 ö. Nach Stockholm, genau. Nach Stockholm fahr ich. So. Ich nehme jetzt Stockholm an. Programm wird bearbeitet. No note. Weiß, weiß, team? No what? Oh, ich bin vorhin niemand gefahren. Scheiße. Neu Minuten. Oder schlafe ich noch mal, dann kriege ich doch eigentlich andere Aufträge, oder? Ich glaube nicht im Multiplayer. Man schläft, kriegt man andere Aufträge? Ich glaube nicht im Multiplayer. Stimmt. Ich glaube nicht im Multiplayer bestimmt. Doch, das war immer so. Du kriegst seine alten Aufträge, glaube ich, wieder. Oh, ein bisschen zu hoch gedreht. Dann schlafe ich mal eben kurz. Ach man, wer steht denn jetzt hier schon wieder in der Mitte? Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spieler, der sich nicht benehmen kann. Ey, ohne Scheiß. Das ist so lächerlich, ne? Gut, schlafen. Ich hoffe, es gibt ne... Ja. Ich finde es geil, dass ich jetzt auch mal an dich hier einparken kann. Tatsächlich, es gibt ne neue Starr. Der neue Fracht. Komm gleich auch. Yo. Oh, zwei Minuten. Okay. Sehr gut. Ja, das ist immer noch diese Scheißstrecke. Muss ich ihn einparken? Ach ja, direkt an der Mauer. Das ist ja natürlich sehr geil. Das freut mich doch. So ein Scheiß, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, genau. Ich nehme das jetzt hier an. Kennt ihr das, wenn ihr euer Passwort vergessen habt? Oh, ja. Das hasse ich, ey. Den habe ich überall das Gleiche. Du solltest aber schon... Ja, das ist okay. Das macht er jetzt hier. Macht die Auswahl dicht, ja? Oh, perfekt, mit einem Zug. Na gut. Eine Minute. Das geht total schnell. Ey, Junge, 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 das ist eng. Guck mich hin. Junge, 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 ich habe es geschafft. Ja, ich hole auch mal ein. Wo fährst du hin? Ähm, man, man, man. Ich muss mal gucken. Ich würde so gerne nach Göteborg fahren, ne? Ohne Scheiß. Ich gucke mal, wo ich hin kann. Bin's denn nur zum Volvo? Ja, ich bin nur zum Volvo, ist doch klar. Mensch. Ich kann nach Vaxjö, von Vaxjö nach Vaxjö, oder wie der jetzt auch immer heißt. Ich kann nach Norwegen, ich kann nach... Ach, jetzt kann ich auf einmal in die Slowakei fahren, ne? Jetzt, wo ich nicht mehr will. Junge, Junge, vier Aufträge da ein. Die wollen mich doch verarschen. Bin schon wieder unterwegs, ne? Wohin denn? Ich kann nach, 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 nach. Ja, nach Vaxjö, von Vaxjö. Ja, nach Vaxjö. Bin unterwegs nach... Und den Pascal, der nach... Und den Pascal, der nachher noch damit zugekommen ist. Ne, Pascal? Ja. Ja. Okay, der Ben... Alle werden sich das jetzt wohl noch holen, außer Nando. Der guckt aus der Wäsche. Und, ähm... Ja, da würde ich sagen... Danke fürs Zusehen. Und... Tschüss, Likowski, Leute! Tschüss.